Wir spielen. Dann müssen wir hier. Hier wir gehen. Ja, besser, viel besser. Und dreh dich. Und komm. Das ist besser. Ja! Que pasa, Lokos? Julian Rodriguez ist heute mal wieder am Stadio. Ihr könnt es sehen. Und ja, Lokos, heute mal wieder auf dem Fußballplatz. Aber heute werde ich keine Challenges ins Training, sondern ich bin heute bei Ride of the Future Academy zu Besuch. Wir werden ihn heute mal begleiten beim Training und die beiden, Kevin und Kusi, nochmal ein paar Fragen stellen, wieso die Academy gegründet haben. Und ja, ich würde sagen, let's go! Okay, Lokos, ich bin hier mit Kevin Weidlich, einer der Founder von Ride of the Future Academy. Und ja, Kevin, stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo spielst du, wie alt bist du? Also, ich bin Kevin Weidlich, wie gesagt, im 32. Spielzeit bei Tony Ottensen, 05. Hat Stationen wie Pauli in der Jugend, Koppos, Fortuna Köln, BFC Dynamo. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, heimisch. Genau, so, Ride of the Future Academy. Eine Fußballacademie für junge Spieler, aber auch für alte Spieler, beziehungsweise schon erfahrene Spieler. Wieso habt ihr diese Academy gegründet? Was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, mein Partner Kusi und ich, wir sind beide Fruster, wie gesagt. Das ist mehr oder weniger Leidenschaft. Wir glauben, umso früher du anfängst, an den Basics zu arbeiten, umso einfacher hast du das dann später. Und daher ist das letztes Jahr, sag ich mal, entstanden ein bisschen. So, und ja, das fielen wir jetzt seit einem Jahr und haben riesen Spaß damit. Wir merken auch die Entwicklung bei den Jungs, die jetzt im Hintergrund, dass wir regelmäßig Trainings haben. Und ja, das macht Spaß und man sieht, dass Jungs sich entwickeln und ja, das ist so überraschend. Auf jeden Fall. Zack, zack und dreh. Komm, schneller. Zack und dreh. Bam, bam. Spiel besser, komm, 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 komm. Ja, gut so. Zack, bam und komm. Bam. Weiter geht's, weiter geht's, kein Problem. Weiter geht's, kein Problem. Komm rein. Zack, hoch. Turn. Ja, play. Turn. Bam, play. Rest. Bam, bam. Ja, besser, viel besser. Oh, komm. Und dreh dich. Und komm. Und komm, sauber. Inseite, bum. Yes. Bam, gut so. Genau so. Und dreh dich. Inseite. Ja. Zwei Kontakte. Besser, ja. Gut so. Und komm, vorne den Ball. Und sauber. Sauber. Bum, bum, bum. Bam, bam. Weiter geht's, komm. Zack. Bam, ruhig. Bam, bam, bam. Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Welche Spieler trainiert ihr mittlerweile? Bei uns ist es von down to top. Also, wir haben Jugendspieler, die spielen in der Jugend. Es geht so bei uns ab 10, 11 los. Und dann haben wir das Glück, dass wir auch Profis trainieren können. Wir hatten im Sommer reichlich Profis da. Von Parzau, von Düsseldorf, von anderen Vereinen. Ja, also das Sortiment ist riesengroß. Und auch ein Profi kann es noch das ein oder andere zeigen. Und das macht halt Spaß. Ja, mega. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier geht's. Ja, go. Wir kommen gleich dabei. Zack. Wetter spielen. Zack, 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 bam, zack. Jetzt. Wir spielen. Bleib da, bleib stehen. Komm, hoch. Schimmig an. Wetter. Komm. Holz, Holz. Flach. Zack, zack. Flach. Flach. Hier geht's. Bam. Bleib da stehen. Weiter geht's. Komm, zack. Ruhig. Ruhig. Und jetzt schnell. Bam. Bam. Und ruhig. 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 Und komm, schnell. Hüft. Warm. Und komm. Ruhig. 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 Und schnell. Ja, gut. Runde, David. Ja, gut. Viel besser. Ruhig. 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 Wenn ihr so trainieren wollt, meldet euch unter diesem Insta-Account bei kevinoncusi und dann seid ihr auch dabei. Eine Frage, die mich persönlich so sehr interessiert, ist, was macht euch besonders? Es gibt da draußen tausende von Academies Fußballschulen. Was ist euer Steilmann, was ist, was euch besonders macht? Ich glaube, was uns mehr oder weniger außen noch auszeigt ist, dass wir selber Fußball spielen. Dass wir wissen, wie ein Fußballer tickt und dass er bei uns einfach an erster Stelle Ehrlichkeit untersteht. Wir werden aus einem mittelmäßigen Fußballer-Camp-Hofen machen und da sind wir auch ehrlich. Aber wir versuchen halt alles rauszuholen. Spaß ist wichtig und dass wir transparent sind. Dass wir das, was wir haben wollen, so weitervermitteln und auch kritisch machen. Das macht uns einfach aus. Klar, finde ich auch. Ich glaube, dass ihr auch da einen Ticken besser seid. Ihr habt das Equipment vor allem. Nicht jeder hat das Equipment. Die Erfahrung, die ihr mitkriegt, ist auch eine Sache, die nicht jeder hat. Und vor allem dieses Selbstbewusstsein, das Wissen zu mal übermitteln, das wollt ihr unbedingt. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall nicht jeder mitnimmt. Ja. 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 umbmbmbmbmb Das macht's nicht so gut, du macht's nicht mehr, du bist nicht mehr, du bist nicht mehr. Da, da, da! Da, 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 da. Ja! Sauber! Lass das Barst schreit, dämmel er! Jaaa! Dürfen, Dürfen! Wir kommen jetzt zu der letzten Frage, es ist keine Frage, es ist die Nominierung. Ich möchte, dass ihr, du und Kussi jetzt jemanden nominiert, der sich traut, gegen mich eine Challenge zu machen. Das kannst du sein, das kann Kussi sein, das kann ein Spieler sein. Wann hast du deinen Kopf? Ich nominiere Sascha De La Cresta, für mich einer der besten Fussballer, die ich zusammengeschickt habe. Super Zocker, menschlich, ein super Typ, dich nominiere ich Sascha. Okay Sascha, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Platz, ich bin gespannt. Nochmal ein Schlusssatz, was hast du zu sagen an den Jugendlichen da draußen, was möchtest du rübergeben? Ich würde sagen, glaubt an euch, wenn ihr Ziele habt, immer dann glauben, lasst euch nicht von Leuten beeinflussen, die sagen, es reicht nicht. Wenn du alles dafür gibst, solltest du dich am Ende des Tages dafür belohnen. Und ja, wer uns suchen findet und bei Instagram findet man uns, werden wir uns verlinkt. Und ja, die deutschen Medien sind mir auch besonders aktiv. Hoffentlich sieht man den ein oder anderen. Schönen Tag. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke. Wir sehen uns. Top. Okay Lokos, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, einfach ein Like dalassen, abonnieren, nicht vergessen. Und ja, Teil 2 folgt noch und ihr wisst, wir hören euch jetzt an Start.